So, neue Runde, neues Glück. So, ja, wir gehen mal los, wa? Weil... Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Ich kann ja nichts sein, eigentlich. Da haben wir alle getötet hier draußen. Weil, wir müssen wieder zurück. Ich hab geguckt, der Typ, der da saß, wo stand, wie sind die Nächsten? Der hatte Passwort für die Tür. Haben wir ja nicht gesehen. Also, ich hab jetzt auch nicht geguckt, wie das war. Und ob das immer dasselbe ist. Probiert das einfach mal aus. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Besser. Da, 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 da. Hier kommen, Junge. Junge, Junge. Joggen, Joggen. Hier ist ja nichts. So, da oben sitzt er ja. Wir können ja eigentlich auch gucken gehen, wa? Aber ich trau mich nicht. Ich probiere das mal hier einzuhämen. Nein, falsch. Nee, ist falsch. Wir müssen noch gucken gehen. War das eben auch so dunkel? Da sitzt er. 14,08. Hm. 14,05 einnehmen. Boah, muss ich da echt wer dran nehmen? Das ist jetzt ein bisschen komisch gerade. Tolle. Langes her, letzte Runde. So. Ich will da ja nicht rennen. Bei diesem scheiß Assi. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schubbeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Hä? Wie jetzt? Man nennt es eine Waffe schön? Ich weiß, den du rumschleppst, pack das alles weg. Mann. Oh, die muss man erst wieder an die Geräusche gewöhnen. Das raschelt und so alles. Jetzt sollen wir die alles wegpacken. Kannst du jetzt wieder was mitnehmen? Ja, probieren. Nö. Nö. Hahaha, sie ist sauber. Hahaha. Mann, der quill da nicht rein. Mhm. Hallo. Hä? Schönen. Ach, kribbelt. Junge. Wir müssen doch jetzt aber nicht genau das selber machen, oder? Brauchen wir ja eigentlich auch gar nicht. Wir wissen doch alles. Du. Wir wissen doch hinten das Passwort. Oh Gott. In der Tür. In der Tür. In der Tür. Guck, glaub ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es sieht erstmal hinaus aus, oder? Außer, das ist halt hier. Guck guck. Mhm. Hm. Guck mal auf den Hut. Hm. Hm. Wie komische Stelle hier auf dem Boden. Ja. Ah, das lassen wir mal. Ich weiß nicht. Lassen wir glaube ich lieber drin, oder? Weil dadurch hat ja alles gebrannt. Mhm. Nee, nee. Ich probier das jetzt mit der Tür gleich da. Mach mal die Kerze an hier. Wau. Wau. Alter. Ha! Ha. Ha. Ich kann ja jetzt nicht noch eine alte Totale lange. Ist doch schei... War der Loser, oder? Jo Den machen wir mal kaputt Das ist alles jetzt selber Zack Hätt er sich mal Was neu einfallen lassen sollen Wie war das jetzt? Achso, das Wasser abstellen Da kommt ein bisschen Bammel jetzt War das vorher auch? Achso, ich hab mich am Arsch Ich mach jetzt schnell Das ist die Norde selber Nee, das ist die Norde selber Aber brennt nicht Scheißkerl, du solltest doch drauf gehen Das ist die Norde Die war für dich vorgesehen Ah, guck mal einer an Hier Oh mein Gott, da schrauben die Diese scheiß Puppe da Oh Was ist denn da? Die Mädels Siehst du die? Aber ich guck erst mal hier Eine Karte Karte ist gut Ach, gib mal hier, können wir was speichern Und unsere Sachen rausholen Und unsere Sachen rausholen Das war die Neue, wa? Nee, die Alles mitnehmen wieder, wa? Obwohl, wir brauchen ja was die Wir müssen die immer leer schießen Die alte, die hier Vorher die andere mitnehmen Die können wir noch nehmen Ich hab übrigens gesehen Dass das besser ist Wenn du wenig Energie hast Das nimmst Weil dann ist auch gleich Aufgefüllt die Energie So Mehr brauchen wir ja nicht, oder? Glaub nicht So Ja, passt schon so Ach, gib mal hier Der Kopf Das sieht ja witzig aus So Schrumpf So Schrumpfkopf mäßig So Drück mal hier mal rauf, wa? Nicht explodieren Dann speichern wir mal schnell Und drück mal hier den Arsch Oder? Die Köppe hier, ey Sieht nicht so aus Kann ich mal auf die Karte gucken? Wo war das? Hier, wa? Nö Nicht verschlossen Also den Wackelkopf sieht man ja nicht Dachte ich ja immer, dass das der ist Und es ist ja nur ein Schlüssel gewesen Dann kippen wir jetzt noch eine Garage Ach, das ist ja die Garage, wo wir waren Wo wir mit dem Typ gekämpft haben Nein, ich geh jetzt mal rein hier Falsche Richtung Kann ich hier nochmal gucken? Das ist aber nichts Den Ding wollte ich mir nochmal angucken Wie? Der Gehirn D005 Und daraus kann man also ein Gegenwert bauen Oder was? Mhm Naja Kipp mal Wo wollen wir die Kurbel? Sollen wir nochmal zurückgehen Na ja, sind selber War ich das eben? Der war Ja, ich glaube nicht, dass wir so ein Safe brauchen oder was vergehen können Und wir brauchen ja trotzdem komische Geräusche kommen Die mich erschrecken sollen Hier könnte natürlich irgendwo so ein Kopf sein, wa? Irgendwo in den Ecken Nicht gerade gut, der hat das schon durch Ich komme mir Und du das? Ich kann ja nicht mehr laufen Akkus alle Das ist natürlich super So 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 Akku eingestöpselt Pit Wenn er jetzt Boah, älter Hier kommt da gleich irgendwas Oh, da kommen wir nicht weiter Oder? Ich nehme mal lieber hier Ne, da müssen wir rüber Wird ich behaupten Oder da hinten Wenn wir jetzt mal da gucken, wa? Ich trau dem nicht Ich muss das nicht abschießen Oder? Ich habe mich erschrocken, ey Brennstoff Haben wir ja nie bei Ein Brenner Eigentlich war das ja nur scheiße Da ist er Krieg mal Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn erst gehört Ah, hier ist Grubel Lass, schau her Da ist überall Munition Ich nehme mal lieber die Jute Die Jute-Pumpe Ach, Quatsch Schon wieder alles voll? So Jetzt gleich Ah, ich wusste Aber war nicht so laut Man hat sich nicht erschrocken Ist ja trotzdem Muss eh ein Schuss, wa? Ist ja gut Ist nur stärker Die Musik This Music Da kommen sie Hinter mir auch? Ne Dann bleibt man lieber hier stehen Hier Komm ins Licht Zum Glück haben wir schon die Jute Kommt noch einer Ein ganz böser Jetzt wäre sie, ja Die machen wir alle kaputt Oh Oh Oder war die Musik? Warum nur die Musik, wa? Das ist so geil Ein Schuss Ihr Mistmaden Ich muss mal hier drauf drücken Stimmt das überhaupt? So Jetzt Grün Das sind alle Jute Ach, ich soll noch mal abspeichern Na, das war alle Jute Achso Was ist denn erstmal? Na klar Tausend Dinger Munition Ich soll noch mal was Ich soll noch mal was Und hab's Abspeichern Beda Aus Beda Aus Beda Aus Beda Aus Beda Aus so viel zeug nicht gut ist nicht gut so das ist ja von mir vom lofen der boden ach guck mal hier oben das kann man auch mit was kombinieren mal probieren ich hab doch was abgelegt oder aber nicht damit die waren diese andere menü ich hab nix bei na so scheiß egal ach so wir sollten mal den arm mitnehmen vielleicht brauchen wir den wenn wir die gleich treffen hier da ist er so aber irgendwann muss sie weg ditrich bestimmt auch so so jetzt haben wir auf jeden fall jede menge granaten munition ich nehme erstmal die einfache so achso ja hier mensch ich hab so viel regt ich hab so viel regt das ist ja 23 uhr 14 oder später jetzt da sind sie die mädels hallo mädels schau ich hab nicht die kann ich da kann ich nicht drauf schießen hier ja ne doch nicht erst mir anscheinend ja so wie meinig wir haben keine zeit hast du beide materialien ja das sollte genug sein können wir es schnell genug herstellen mein vater und lucas sind nicht weit weg er kommt daddy kommt gut wir haben genug für zwei jetzt ist ja daddy wenn wir das serum hergestellt haben was dann draußen ist dein boot damit fahren wir durch den sumpf aber keiner von uns beiden wird ohne serum weit kommen ja ist ja gut ach du scheiße was ist denn das was denn das alter junge wer ist ellen wer ist ellen wer ist ellen oah wer ist wirklich der faller wa oah der jack sagt du und das bist denn wir hier hier zurück hier hier 置 Wo ist das? Da unten war da eins Aua Ich geh mal hoch Da war noch ein Aua, hast du gesehen? Da ist noch eins Da ist noch eins Du bist jetzt Teil der Familie Da ist noch eins Da ist noch eins Ich sehe nicht mehr Ich geh lieber hoch Geht nicht Hammer Oh Jetzt Jetzt Habe ich alles gesehen Das ist ja eine Matsche Fieber Nicht schlecht Wieso das steht Okay, da war auch noch eine Kiste Das ist ja fies Das ist ja fies Ach, die falsche Nachhinein Na ja, ist egal Haben wir jetzt Ist hier noch was? Ich will da zu meiner Hier lang Ach da Ach da Das Seerraum an ihm Du Du willst, dass ich ihn heile? Einfach rinder die Scheiße Geht's dir gut? Ja Ach Oh schon, Mia wartet auf uns Alter Schwede Tja, wie war das denn? Wie war das denn? Wie war das denn? Wie war das denn? Keine Ahnung Und die Freunde natürlich, oder? Ich weiß ja nicht Kann man ja nicht abspeichern Ich würde am liebsten eigentlich erst abspeichern Obwohl, der speichert ja auch automatisch, wa? Naja, wen nehmen wir denn jetzt? Bevor wir da hin gehen Die? Die Ich nehme jetzt hier das Seherum Ach hier das Ding So Das ist aber wieder grün Ich behalte das einfach Es gibt niemanden Na, wen nehmen wir denn? Hast du dich schon entschieden? Zoe Ja Mir versucht ihn umzubringen War das die? Mir versucht ihn umzubringen Na, weil sie infiziert ist Du Ja, dann entscheidest du Das ist ja für mir Ich kann ja auch High-Wire machen Wir müssen doch unsere Freundin nehmen Wir müssen doch unsere Freundin nehmen Wollte ich nur sagen Ich nehme jetzt hier Mia Ich muss da eins verwenden Jetzt ist nur eins übrig Es ist nur noch eins übrig Es kann doch nicht nur eins übrig sein Was zur Hölle machen wir jetzt? Naja, mich entscheiden Wir müssen doch hier hin Glaubt euch Ah Ist das okay? Ich war dumm zu denken Ich könnte fliehen Aber Zoe Geht Geht schon ihr beiden Komm mit uns Es gibt sicher jemanden Der helft Wir sind mal zur Pause Offenbar gehöre ich hier hin Genau Wo wohnst der hier? Ist doch schön Wird sich mal früher blicken lassen sollen? Tschüss. 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 Und jetzt dringend ich um, sitzt ein Monster vor mir. Hallo? Jetzt ist der Speicher da. Ist da oben ein Zeichen da? Warum sägen so wenig hier? Taucherbrille auf hier, oder? Oh, ist schön. Hm? Oh, ist ja gruselig. Was ist denn mit der los? Was ist denn mit zu tun, nicht wahr? Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Ist das nur hierher gelangt? Was ist denn das jetzt? Was? Ist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Oh, ne. Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, das ist scheiße. IELAN. Äh? Äh? jetzt speichert er ich glaube jetzt ist es scheiße sind wir hier in so einem Gammelschiff der hat ja jetzt gespeichert dann machen wir jetzt aus doch doch dann machen wir morgen weiter naja deswegen ja oder du machst weiter nein so wir machen jetzt erstmal schluss hier heute und wir machen morgen weiter doch vielen dank fürs zusehen bis die tage tschüss schluss 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 schluss